19. Juli abends. Leute, es scheint wieder loszugehen. Wir treffen uns. Wir machen Picknick in der Weltmetropole Klausen in Rheinland-Pfalz. Wir lesen, wir singen, wir essen, wir trinken. Wir fühlen uns wohl in der freien Natur. Kommt vorbei, liebe Leute. Das wird sehr speziell. Yeah, 19. Juli 2020. Klausen im Garten neben der Wallfahrtskirche. Ooh, yeah. Unterhaltung. Irgendwann habe ich entdeckt oder vielleicht auch nur für mich selbst festgestellt, dass in diesem Wort das Wort Haltung steckt. Und wenn ich solo unterwegs bin, solo am Piano, benutze ich diese kleine Bühne auch, um eine Art Haltung zu zeigen, ohne belehrend sein zu wollen. Was echt eine Gratwanderung ist. Irgendwann haben mir ein paar Freunde, die in einem Konzert waren, gesagt, die Geschichten, die du zwischendurch erzählst, schreib dir doch einfach mal auf. Zuerst habe ich gedacht, nee, ist mir irgendwie eine Nummer zu groß und steht mir nicht gut zu Gesicht. Und dann habe ich heimlich angefangen, das zu tun. Habe Dinge aufgeschrieben, habe in meiner Erinnerung gegrast und habe gemerkt, dass unheimlich viele Filme, unheimlich viele Geschichten angingen. Wie gesagt, die habe ich aufgeschrieben. Da ist ein Buch draus geworden. Und dieses Buch heißt Courage zeigen. Warum ein Leben mit Haltung gut tut. Ich finde es gut und hoffe, ihr auch. Ich finde es gut. Ich finde es gut.